Gmeiner hat bei der Entwicklung seiner Bedienpulte schon immer größten Wert auf einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit gelegt. Das neue Econ Bedienpult führt diese Tradition fort und beweist eindrucksvoll, wie modernste Elektronik den Winterdienst effektiver und sicherer gestalten kann. Das entspiegelte 7 Zoll Grafikdisplay mit gestochen scharfer Abbildungsqualität ermöglicht dem Anwender eine schnelle und sichere Erkennung der angezeigten Parameter. Die Drehknöpfe ermöglichen eine einfache und ergonomische Bedienung. Dank der exakten Rasterschaltung können die jeweiligen Werte schnell und sicher verstellt werden. Mit der Econ können die Streumengen für Salz im Bereich von 5 bis 40 Gramm pro Quadratmeter und für Splitt im Bereich von 10 bis 300 Gramm pro Quadratmeter in frei wählbaren Schritten eingestellt werden. Das Verhältnis zwischen Flüssigsalz und Trockensalz kann von 5 bis 100 Prozent stufenlos eingestellt werden. Je nach Streugerät ist es möglich, die Streubreite von 1 bis 8 Meter bzw. von 3 bis 12 Meter ebenfalls in frei wählbaren Schritten zu verändern. Für spezielle Beleuchtungssysteme sind zudem bestimmte Tastenvariablen belegbar. Das Schneepflugbedienteil EasyCon erweitert den Funktionsumfang der Econ in idealer Weise. Mit dem Joystick können die Funktionen heben und senken sowie das Schwenken des Pfluges gesteuert werden. Mit den zusätzlichen Drucktasten werden die Pflugentlastung in Prozentangabe sowie die Schwimmstellung aktiviert. Serienmäßig an Bord hat die Econ zudem eine geschwindigkeitsabhängige Streubildnachführung. Zusammen mit der elektronischen Streubildverstellung wird das Streubild bei jeder Fahrgeschwindigkeit im optimalen Bereich gehalten. Eine deutliche Erleichterung stellt auch die automatische Kalibrierung der ausgewogenen Streumenge dar. Einfach das tatsächliche verwogene Gewicht eingeben und die Econ kalibriert die Werte neu. Für die Bedienung von Aufbaumotoren steht ein eigenes Menü zur Verfügung. Ein kurzes Bestätigen der Starttaste genügt und der Aufbaumotor startet nach einer kurzen Vorglückzeit automatisch. Mittels USB-Anschluss oder SD-Kartenslot können die Arbeitsdaten einfach und bequem auf einem externen Datenträger gespeichert und an einem PC weiterverarbeitet werden. Eine zunehmende Verkehrsdichte auf unseren Straßen und wachsende Ansprüche der Verkehrsteilnehmer fordern immer gezieltere, effektivere Einsatzmaßnahmen und die Möglichkeit, die angefallenen Arbeitsdaten automatisch zu erfassen und einfach auswerten zu können. Das Streudaten-Erfassungssystem Rootinform ermöglicht es dem Anwender, die via GPS aufgezeichneten Arbeitsdaten jederzeit an einem PC abzurufen, zu bearbeiten und auszuwerten. Die Econ-Steuerung wird hierfür mit einer GPS-Antenne und einem Telefonmodul ausgestattet. Die aufgezeichneten Streudaten werden über GPRS mindestens einmal pro Minute an einen Server übertragen. Die jeweiligen Streudaten können dann bequem am PC abgefragt und ausgewertet werden. Zudem ist die aktuelle Position des Streufahrzeuges jederzeit auf der Karte ersichtlich. Das automatische Streusystem Rootreplay ergänzt optimal das System Rootinform. In einer Referenzfahrt werden die Streustrecke sowie die jeweiligen Streuparameter einmalig mit dem Econ-Bedienpold aufgezeichnet. Im Einsatz wird dann vollautomatisch anhand der aufgezeichneten Streuparameter gestreut. Auf Wunsch natürlich auch in Abhängigkeit zur Fahrbahntemperatur mittels Wärmebildkamera. Rootreplay navigiert den Fahrer durch die aufgezeichnete Streuroute und stellt die Streuparameter automatisch auf die zuvor gespeicherten Werte ein. Die Econ. Ihr großer Leistungsumfang und die spielend leichte Bedienung machen Sie zum optimalen Allrounder für jeden Winterdiensteinsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020